128 Tschüka, das ist eine neunjährige Schimmelstute vom Zugverband Oldenburger Stuhlpferde International, eine Tochter des Cellist Jai und zusammen mit dem Reiter Dirk Fischner aus Ruben, im letzten Jahr hoch erfolgreich in der mittelschweren Klasse, die nun in der S-Klasse und der WC-Kreis der Firma Edelberg in Niederlachen bei Ihnen und der Registration von Vorna. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020